Ich rufe nunmehr auf den letzten Tagesordnungspunkt für den heutigen Tag, Tagesordnungspunkt 23, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Eine zukunftsfähige Asylpolitik nach dem Vorbild Dänemarks ermöglichen, Opt-out aus dem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte um zügigen und leisen Sitzplatzwechsel, damit wir auch weitermachen können. Da wird noch ein bisschen sortiert in den Gängen. Frau Kador weiß noch nicht, ob sie bleibt. Doch. Herr Demir, ein Platz. Ja, auch. So, haben wir es. Dann eröffne ich jetzt die Aussprache. Und das Wort erhält Dr. Gottfried Curio für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin! Meine Damen und Herren! Dieser Tage erreichen uns wieder Nachrichten über einen dramatischen Anstieg bei der illegalen Migration an deutschen Grenzen. Wieder explodierende Zahlen, unter denen sich auf der Balkanroute und beim Nadelöhr Türkei erhebliche weitere Migrantenmassen aufstauen. Neben der Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge, die Deutschland leisten will, wird es damit umso dringlicher, sämtliche sozusagen klassischen illegalen Migrationsbewegungen nach Deutschland zu stoppen. Wie das Beispiel 2015 zeigt, wäre es irrig, hier Hilfe von der EU zu erwarten. Dem bisherigen System ist durch Deutschlands pauschalen Selbsteintritt damals der Todesstoß versetzt worden. Das EU-Asylsystem ist durch Merkels Rechtsbruch bei Darwin III komplett zerstört worden. Dem deutschen Negativbeispiel folgend missachten seither einzelne Mitgliedstaaten systematisch die Vorgaben zur Zuständigkeit. Faktisch bestimmt inzwischen nicht das geltende Recht, sondern der einzelne Asylbewerber, wo sein Verfahren läuft bzw. er sich niederlässt. Das Recht, das vorrangige Kriterium für Bestimmung der Zuständigkeit, über welchen Staat Ersteinreise in die EU erfolgte, kann meist nicht ermittelt werden. Die vorgesehene Erfassung ist zuletzt bei drei Vierteln der Anträge unterblieben. Und wenn das zuständige Land ermittelt werden kann, scheitern 80 Prozent und mehr der Rücküberstellungen. Als Folge hiervon trägt Deutschland eine deutlich überproportionale Last in der EU. Dabei war 2021 laut BAMF die Schutzquote nur bei 40 Prozent. Bei 60 Prozent der Antragsteller lag Asylbetrug vor. Das sind keine Zustände, meine Damen und Herren. Dazu kommt die rechtswidrige Sekundärmigration nach Deutschland von Personen, die schon anderswo ihr Verfahren hatte. Der Willen, sich an die Regeln zu halten, fehlt. Das Instrument, Regeln durchzusetzen, fehlt. Das kann nicht funktionieren. Hinter einer Fassade der Rechtsstaatlichkeit dominieren Willkür und Rechtsbruch. Damit muss Schluss sein. Eine Lösung der Problematik auf EU-Ebene ist nicht zu erwarten. Die Vorschläge der Kommission verlängern weder die illegale Migration in die EU noch die Binnenmigration innerhalb derselben, schaffen vielmehr neue Pullfaktoren. Durch die geplante Legalisierung der privaten Schleppertätigkeit im Mittelmeer, wo linke Gruppen nachgewiesenermaßen aktiv mit Schleusern kooperieren, durch erleichterte Familienzusammenführung, was die Praxis von Großfamilien verstärkt, minderjährige Ankerkinder vorzuschicken, die der gesamten Familie unabhängig von Schutzbedürfnis Nachzug ermöglichen. Da die osteuropäischen Staaten eine Aufnahme kulturfremder Migranten ablehnen, die Mittelmeerstaaten einfach nach Norden durchwinken, wird der Großteil wieder an Deutschland hängenbleiben. Dem Deutschland, das bisher schon mit mangelndem Abschiebewillen bei üppigen Sozialleistungen nach illegaler Zuwanderung förmlich schreit. Und Fesers bereits in Aussicht genommene Koalition der Willingen zeigt, dass Planerfüllung beim Import illegaler Migration der Ampel einfach über alles geht. Marke zur Not nehmen wir sie eben alleine. Eine klare Mehrheit der Bundesbürger will aber laut Umfrage eine Begrenzung der Migration Unqualifizierter, will verstärkten Schutz der Außengrenzen, will das Gegenteil des Kommissionsentwurfs, wo jegliche Obergrenzen fehlen. Konträr zu dem einzig sinnvollen Ansatz heimatnaher Zuflucht ist dieses EU-Asylsystem klar auf transkontinentale Migration ausgerichtet. Selbst Menschen, die durch zig sichere Staaten und vor allem aus wirtschaftlichen Gründen kommen, sollen da uneingeschränkt Aufnahme finden. Ein Austritt aus einem solchen System ist unabdingbar. Ein effektives Schutzsystem ist nur außerhalb der EU möglich. Großbritannien hat mit Ruanda vereinbart, dass illegale Einreisen der Asylbewerber ihr Verfahren in Ruanda durchlaufen, und bei Anerkennung verbleiben sie dort. Schutzanspruch heißt nicht freie Auswahl eines Ziellandes. Dänemark hat unter dem sozialdemokratischen Integrationsminister mittels nationaler Politikgestaltung Lösungen gefunden und rät den Kollegen in der EU, es Dänemark gleich zu tun. Man leiste viel effektivere Hilfe vor Ort in der Krisenregion für die tatsächlich Hilfsbedürftigen. Dänemark sagt, es will die Zahl der unberechtigten Asylbewerber Richtung Null reduzieren. Zitat. Rechtsstaatlich eine Selbstverständlichkeit. Und der Ansatz wirkt. Letztes Jahr gab es in Relation zur Bevölkerung nur ein Fünftel der in Deutschland gestellten Anträge. Und hier soll das nicht gehen. Es ist was faul im Staate Germany. Handeln auch wir endlich im Interesse Deutschlands, gewinnen wir die nationale Souveränität zurück, steigen aus dem Geas aus mit Fokus auf Hilfe vor Ort und heimatnaher Zuflucht für viel mehr und wirkliche Schutzbedürftiger, mit lückenlosem Grenzschutz für Freizügigkeit innerhalb der EU, mit Ausrichtung an deutschen Interessen statt europäischer Vergemeinschaftung der Frage, was nicht nur kein Mehrwert ist, sondern ein gehöriger Klotz am Bein. Deshalb treten wir ein in Verhandlungen, bringen wir Deutschlands Gewicht zu tragen. Wer was will, findet Wege. Wer was nicht will, findet Ausreden. Tun wir es für die wirklich Schutzbedürftigen. Tun wir es für Deutschland. Ich danke Ihnen. Das Wort erhält Hakan Demir für die SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir haben gerade gehört, dass Deutschland etwas wollen soll. Und es ist ganz klar, das, was wir als Deutschland wollen, ist, dass das Recht auf Asyl auf jeden Fall weiterhin gewährleistet bleibt. Das sind wir auch den Menschen hierzulande auch schuldig. Wir haben internationale Verträge, wir haben unser Grundgesetz, wir haben unseren Rechtsstaat. Und da ist dieses Recht auf jeden Fall verbrieft. Und ich glaube, wir handeln auch im Interesse aller Menschen hier in Deutschland, wenn wir diesen Rechtsstaat auch weiterhin verteidigen und schützen. Und das ist das, was wir auch als Fraktion wollen. Und ein Punkt noch zur Seenotrettung. Da verstehe ich einfach nicht, was Sie da wollen. Wenn jemand in Seenot ist, auch da nach internationalem Recht, nach unserem Recht, müssen wir diese Person retten. Und da gibt es keine Alternative. Punkt. Punkt. Ist so. Als ich im Februar am Berliner Hauptbahnhof war, waren die Bahngleise voll von Menschen, die vor Putins Raketen geflohen waren. Einige wollten weiterreisen nach Spanien, Italien, Niederlande oder nach Frankreich. Es sind Momentaufnahmen. Es ist nur eine Seite des brutalen Angriffskriegs, den Russland gegen die Ukraine führt. 14 Millionen Menschen mussten infolge des Krieges ihre Heimat verlassen. 7,5 Millionen flohen ins Ausland. Schutz finden sie in ganz Europa, von Finnland bis Portugal, von Irland bis Rumänien, empfangen Staaten Geflüchtete, organisieren Wohnraum, sie schulen Kinder ein und öffnen ihre Arbeitsmärkte. Niemand kann behaupten, dass die Aufnahme von 7,5 Millionen Menschen einfach ist. Sagt auch niemand. Aber ohne das enorme zivilgesellschaftliche Engagement wäre die Aufnahme nicht möglich. Aber dass es überhaupt funktioniert, liegt auch ganz zentral an etwas, das die AfD-Fraktion mit ihrem heutigen Antrag aufkündigen will, die europäische Solidarität. Denn die Ukraine-Aufnahme sollte uns vor Augen führen, was Europa leisten kann, wenn alle Staaten zusammenstehen. Vor diesem Hintergrund einen Rückzug Deutschlands aus dem gemeinsamen europäischen Asylsystem zu fordern, wie die AfD es tut, ist Wahnsinn. Ein sogenannter Opt-out, also die Nicht-Teilnahme an einem auf EU-Ebene geregelten Politikbereich, wird vor Inkrafttreten von Verträgen verhandelt. Ein nachträglicher Ausstieg ist gar nicht möglich. Also das, was Sie fordern, ist nicht möglich. Außer Sie wollen aus der EU austreten. Das müssten Sie dann halt einfach auch mal sagen. Gut, dann haben Sie es jetzt noch mal gesagt. Der zweite Punkt. Es wäre auch falsch, weil eben gerade das Gemeinsame die Stärke in der Asyl- und Migrationspolitik ist und ein Ausstieg Deutschland aus dem gemeinsamen europäischen Asylsystem das gesamte System ins Wanken bringen würde. Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, denen muss man einen Schutz gewähren. Und das ist eine große Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Verwirklichen lässt sich dieses Recht nur gemeinsam. Auch dank der europapolitischen Führungsrolle unserer Innenministerin Nancy Faeser gibt es vielversprechende Ansätze, ein gemeinsames solidarisches Vorgehen auf europäischer Ebene zu organisieren. 19 EU-Staaten sowie Norwegen und Schweiz haben den freiwilligen Solidaritätsmechanismus für aus Seenot gerettete Menschen auf den Weg gebracht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, finden menschenrechtswidrige Pushbacks statt, Gewalt gegen Schutzsuchende an den Außengrenzen und die Aussetzung von schutzlosen Menschen auf hoher See. Diese Situation ist zu beenden und wieder Sicherheit für alle Menschen an den Außengrenzen zu schaffen. Das muss ein unverhandelbares Ziel aller Anstrengungen um die GEAS-Reform bleiben. Und wir müssen aufpassen, dass neue Rechtsakte nicht Schlupflöcher bieten, um das Recht auf Asyl an den Außengrenzen auszuhölen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bilder vom Berliner Hauptbahnhof sind heute nicht mehr die gleichen. Aber Deutschland und europaweit wird weiterhin mit großer Kraft daran gearbeitet, dass Unterkünfte hergerichtet und Schulplätze organisiert werden. Auch das sind Momentaufnahmen. Aber sie zeigen, wenn die Europäische Union, wenn alle Länder zusammenhalten, wenn wir solidarisch sind, dann funktioniert vieles auch viel besser. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion erhält das Wort der Kollege Detlef Seif. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Antrag verlangt die AfD ein Opt-out Deutschlands aus dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, entsprechend dem Vorbild Dänemarks. Das wäre schlicht rechtswidrig. Das Recht zu einem Opt-out, also zur Nichtanwendung des europäischen Rechts, muss, und das ist auch gerade schon zutreffend gesagt worden, durch Protokollerklärung festgehalten werden. Das hat das Vereinigte Königreich gemacht, Irland, Polen und Dänemark und Deutschland nicht. Und deshalb könnte Deutschland auch nicht aus diesem Rechtsbereich austreten. Meine Damen und Herren, Dänemark will zukünftig Asylverfahren, zumindest die Unterbringung der Asylbewerber, in Drittländer auslagern und hat sich zwischenzeitlich mit Ruanda auch auf eine Erklärung verständigt, die ein solches Verfahren vorbereiten soll. Und, Herr Curio, wenn Sie sagen, irgendwas ist faul im Staat Germany, der Spruch heißt, irgendwas ist faul im Staat Dänemark. Und das merkt man auch in diesen Punkten. Unabhängig. Und jetzt kommt eigentlich die Kernaussage. Unabhängig vom europäischen Recht verstößt nämlich eine derartige Verbringung gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und gerade eine Entscheidung, eine Maßnahme des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs zu einer vorgesehenen Verbringung eines Menschen vom Vereinigten Königreich nach Ruanda hat gezeigt, dass hier wahrscheinlich das auch keinen Bestand haben wird. Ruanda ist im Übrigen, lassen Sie es mal auf sich wirken, zumindest für mich nicht bekannt als außerordentlicher Rechtsstaat oder zuverlässiger Partner. Und hier gibt es auch keine außerordentlich guten oder einfach nur durchschnittlichen Aufnahmebedingungen. Und wie kann die AfD überhaupt auf die Idee kommen, dass wir Menschen von Deutschland nach Ruanda im Zuge eines Asylverfahrens verbringen können? Sie haben doch sicherlich zur Kenntnis genommen, im letzten Jahr hatten wir verschiedene Entscheidungen von Verwaltungsgerichten zu den Aufnahmebedingungen in Griechenland und Italien. Wir haben anerkannt Schutzberechtigte, die wir nicht von Deutschland in diese Länder zurückführen können, sondern die hier nochmals einen Antrag stellen. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Das wird unter dem Gesichtspunkt nicht möglich sein. Aber eins ist klar, und die Zahl haben Sie ja genannt. Wir haben eine Gesamtschutzquote in den letzten Jahren von 40 Prozent. Das heißt, tatsächlich sind hier 60 Prozent, die unser System natürlich ausnutzen. Und leider ist festzustellen, dass die Ampelregierung hier die erforderlichen Schritte zurzeit nicht geht. Stattdessen werden durch einen Systemwechsel noch neue Anreize geschaffen, höhere Standards, erweiterte freiwillige Aufnahmen, einfache Möglichkeiten zur Erlangung eines Aufenthaltstitels, Begriff Chancenaufenthaltsrecht. Das schafft zusätzliche Anreize und ist kontraproduktiv. Der überwiegende Teil der EU-Mitgliedstaaten will eine restriktive Asylpolitik. Der österreichische Bundeskanzler hat gestern gesagt, jetzt ist endgültig Schluss. Meine Damen und Herren, meine Fraktion will im Gegensatz zur AfD nicht das Ende der Humanität und des Flüchtlingsschutzes, sondern nur das Ende des Missbrauchs. Und da liegt der große Unterschied. Die frühere Bundesregierung hat geeignete Maßnahmen vorgeschlagen, die auch von der EU-Kommission übernommen wurden. Ganz wichtiges Kernelement ist das Grenzverfahren. Prüfung vor Ort, erkennungsdienstliche Behandlung, Sicherheitsüberprüfung, Gesundheitsprüfung und vor allen Dingen auch eine Vorabprüfung des Asylverfahrens, damit die Menschen, die erkennbar keinen Anspruch haben, noch von der Grenze zurückgeführt werden. Herr Abgeordneter Seif, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Demir aus der SPD-Fraktion? Ja, gerne. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Es geht um das Chancenaufenthaltsrecht, das ja besagt, dass Menschen, die seit fünf Jahren hier geduldet sind, hier ein Bleiberecht im Anschluss bekommen sollen. Und ich ganz offen die Frage, was haben Sie dagegen, dass eine Person, die jetzt hier geduldet ist, offenbar auch nicht zurückgeführt werden kann momentan, beispielsweise danach als Pflegekraft arbeitet oder als Koch arbeitet oder als Köchin? Also ich frage Sie ganz offen, was haben Sie gegen dieses Gesetz? Also darunter fallen auch Menschen, die zwar nicht über ihre Identität getäuscht haben, aber deren Identität wir nicht kennen. Und ich habe nicht im Ansatz Verständnis dafür, dass jemand uns nicht seine Vita erklärt, seinen Hintergrund und dann noch erwartet, dass er hier vor Ort einen Vorteil bekommt. Und das Entscheidende ist, man kann es auch in einem Wort sagen, Ihr Gesetz ist so, wie es vorgelegt wurde oder das Vorhaben ist Murks. Denn Sie berücksichtigen eins nicht, es gibt Gerichtsverfahren, es gibt Verfahren, Asylverfahren, die dauern teilweise in Gänze länger als fünf Jahre. Wir haben viele Verfahren noch bei den Gerichten anhängig, wo zurzeit noch eine Prüfung ansteht, ob denn hier ein Schutzanspruch besteht oder nicht. Wenn Ihr Gesetz in Kraft kommt, werden ganz viele Menschen ihre Anträge zurücknehmen und werden dann auch hier ein Chancenaufenthaltsrecht haben. Das ist eine Umgehung des Rechtsstaats, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und alleine das ist schon der Grund, warum wir das als Fraktion ablehnen. Und jetzt setzen Sie sich als Ampel bitte für den Punkt ein, der wirklich wichtig ist, nämlich dieses Grenzverfahren. Ich habe es vorhin gesagt, das ist ein Kernelement. Ich höre jetzt, dass S&D, da gehört ja die SPD dazu, und dass die Grünen in Brüssel jetzt nicht mehr anstreben, dass das ein verbindliches Verfahren wird, sondern dass es freiwillig ist, was auch innerhalb der Europäischen Union durchgeführt wird. Das ist komplette Entwertung eines Systems, das hier auch nur halbwegs funktionieren kann. GEAS würde dann lauten, gescheitertes europäisches Asylsystem. Sie sind in der Pflicht, dass wir uns alle daran arbeiten, dass das System funktioniert. Aber bitte mit Nachdruck von der Ampel vorgehen in Brüssel. Das ist der nächste Schritt, der uns wirklich weiterhelfen wird. Vielen Dank. Es folgt für Bündnis 90 Die Grünen Leon Eckert. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger! Die AfD hat hier einen Antrag eingereicht, der absolut durchschaubar ist. Und die Menschenfeindlichkeit der Fraktion noch mal offen zeigt, haben wir ja auch im Redebeitrag gerade gehört. Unverblümt werden illegale Pushbacks verharmlost und versucht, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Man wird hier zum verlängerten Arm Putins, weil man Stimmung macht, auch gegen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, passend zu den Demonstrationen am Wochenenden. Das ist eine Profilierung auf dem Rücken von Menschen, die zu uns kommen, um Schutz zu erhalten, die ein Recht darauf haben, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Solidarität, das ist ein Grundwert Europas. Das muss die Grundlage sein für das gemeinsame europäische Asylsystem, für das Finden gemeinsamer Regeln, wie wir Menschen Schutz bieten können, die oft auf ihrer lebensgefährlichen Flucht Schlimmes erlebt haben und ertragen mussten. Es ist der Geist der Solidarität, der global mit der Genfer Flüchtlingskonvention das internationale Flüchtlingsrecht festlegt. Hier wird geregelt, wem Flüchtlingsstatus zuerkannt wird, wer Schutz braucht und wer welche Rechte hat. Es ist kein Geheimnis, dass die Regelungen zu Migration und Asylverfahren in Europa verbessert werden müssen. Die unterschiedlichen nationalen Anwendungen, obwohl es einheitliche Regelungen gibt in der EU, sind ein Versagen auch der Mitgliedsländer. Daher muss es unser Ziel sein, dass die Bedingungen für das Asylverfahren, die Unterbringung, den Zugang zu Sozialleistungen und anderen Aspekten in allen Mitgliedstaaten menschenwürdig werden. Wir sollten auch die Verteilung innerhalb der EU stärken, um solidarisch zu den Ländern an den EU-Außengrenzen zu sein. Wenn jedes Land der EU seinen fairen Teil übernimmt, können wir doch ganz selbstbewusst in Europa den Menschenschutz gewähren. Es muss in Europa doch das gelten, was auch im Kleinen überall in unserem Land gut funktioniert, egal ob die Feuerwehr, THW, Rote Kreuz. Wenn jemand in Not ist, dann wird ihm geholfen, dann werden die Probleme gelöst und nicht gefragt, woher jemand kommt. Es gibt in Europa und in Deutschland ein Recht auf Asyl, und das werden wir verteidigen, auch gegen Angriffe von rechts. Wir sehen in Europa leider eine zunehmende Verschärfung der Auslegung der nationalen Gesetzgebung und Praktiken im Umgang mit Migration. Das finde ich beschämend. Im zentralen Mittelmeer setzt sich das Sterben von Menschen auf der Flucht leider fort. Auf der sogenannten Balkanroute erfahren Flüchtende weiterhin wiederholt illegale Zurückweisungen und Gewalt durch Grenzbeamtinnen. Aber wir haben doch im Koalitionsvertrag einen klaren Kompass vorgelegt für eine faire Verteilung von Verantwortung, für bessere Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren, für die Erleichterung bei der Integration und für eine Beendigung von illegalen Zurückweisungen und dem Leid an den Außengrenzen. Und für all diese Maßnahmen, für all diese Ziele hat unsere Innenministerin meine volle Unterstützung, solidarisch und menschenwürdige Lösungen auf europäischer Ebene zu verhandeln und Verbesserung für Flüchtende zu erreichen, egal woher sie kommen. Und deswegen lehnen wir den Antrag ab. Vielen Dank. Und für die Linke hat das Wirt Göke Akbulut. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt uns die Gelegenheit, über den Stand des europäischen Asylsystems und die systematischen Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen zu thematisieren. Das ist dringend notwendig, denn auf EU-Ebene werden derzeit entscheidende Weichen für das künftige EU-Asylsystem gestellt. Die Ampelparteien möchten sich aber damit nicht auseinandersetzen. Seit Monaten blockieren sie im Innenausschuss den Antrag der Linken zu diesem wichtigen Thema, eine Sachverständigenanhörung stattfinden zu lassen. Ich habe angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Asylpolitik überhaupt kein Verständnis dafür. Diese Verweigerungshaltung verdeutlicht, was die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag der Ampel zu diesem Thema wert sind, nämlich nichts. Zur Erinnerung, die Ampel wollte illegale Pushbacks und das Leid an den EU-Außengrenzen beenden. Das waren ja ihre großen Versprechungen. Und was ist passiert? Im Juni gab es in Melilla ein Massaker mit mindestens 37 Toten Geflüchteten. Im August ist ein fünfjähriges syrisches Mädchen auf einer Insel im Grenzfluss Evros gestorben. Sie hätte gerettet werden können, doch weder Frontex noch der griechische Grenzschutz wollten helfen. Und das Massensterben auf dem Mittelmeer geht weiter. Es wird kaum noch wahrgenommen. Mehr als 1.300 Menschen sind dieses Jahr bisher bei dem Versuch, Europa zu erreichen, ertrunken. Wir Linke werden uns niemals mit der Brutalität des europäischen Grenzregimes abfinden. Wer fliehen muss, verdient sicheren Schutz und unsere Unterstützung. Auf EU-Ebene hat die Bundesregierung bereits negative Fakten in der Asylpolitik geschaffen. Sie stimmten im Rat der Screeningverordnung und dem Grenzkodex zu. Damit werden die menschenunwürdigen Hotspot-Lager, die wir sie von den griechischen Inseln kennen, ausgeweitet und zur Normalität wenden an den europäischen Außengrenzen. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte staatlich koordinierte Seenotrettung wird auf EU-Ebene nicht umgesetzt. Auch von einer fairen Verteilung von Schutzsuchenden kann keine Rede sein. Durch den sogenannten Solidaritätsmechanismus der EU wurde bislang keine einzige Person in Deutschland aufgenommen. Das ist die Politik der Ampel. Schöne Worte, die letztendlich unverbindlich bleiben in der Praxis, aber verbessert es nichts, vor allem für die betroffenen Geflüchteten. Und hier besteht Handlungsbedarf. Handeln Sie endlich sowohl auf nationaler Ebene hier als auch auf europäischer Ebene. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Stefan Thomy. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Ampelkoalition will einen Paradigmenwechsel in der Asyl- und Migrationspolitik wagen. Der AfD-Antrag gibt vor, ein komplexes Problem mit einfachen Antworten lösen zu können. Leider gibt es Menschen, die dieser Verheißung einer einfachen Antwort auf schwierige Fragen folgen und sich täuschen lassen. Für die AfD sind Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, mehr oder weniger alles Asyl- und Sozialbetrüger, die auf Kosten anderer auf der faulen Haut liegen wollen. Wenn Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie in Europa Arbeit oder ein besseres Leben für sich erhoffen, ist es für sich genommen noch kein Betrug. Das Problem besteht darin, dass der Weg in unseren Arbeitsmarkt nur sehr schmal ist und mit sehr vielen Hürden versehen. Und das, obwohl unser Arbeitsmarkt, unsere Gesellschaft eigentlich Arbeitskräfte dringend nötig hätte, meine Damen und Herren. Und deshalb will die Koalition mehr reguläre und legale Migration möglich machen. Denn wenn es legale und reguläre Wege gibt, um bei uns Arbeit und Ausbildung zu finden, und wenn wir diesen Weg auch aktiv bewerben, dann werden weniger Menschen, Schlepper und Schleuser mit viel Geld dafür bezahlen und in der Wüste und auf dem Meer Leibleben, Gesundheit und Freiheit aufs Spiel setzen. Und deswegen, Herr Kollege Seif, ich fand vieles von dem, was Sie sagten, durchaus richtig. Aber wir entlasten doch unser Asylsystem, wenn wir aus irregulären Asylbewerbern reguläre Arbeitseinwanderer machen. Wir geben Menschen eine faire Chance, wenn sie in Europa ein besseres Lebenslebens suchen. Wir nützen doch unsere Wirtschaft, die händeringend nach Arbeitskräften sucht. Und wir entlasten unsere Sozialsysteme, wenn wir aus Hilfeempfängern Erwerbstätige machen, die Steuern bezahlen und in die Sozialversicherungssysteme einbezahlen. Und zugleich nützen wir auch den Verbrauchern, wenn Arbeitsstellen im Handwerk, in Dienstleistungsberufen wieder besetzt werden. Und deswegen sollten wir diesen Weg beschreiten, der das Potenzial hat, vielen Menschen in Deutschland zu nützen. Wir erklären aber zugleich nicht, wie die AfD alle Asylbewerber zu betrügern. Anders als die AfD stehen wir auch zu unseren humanitären Verpflichtungen. Und anders als Dänemark und andere Staaten erklären wir uns auch nicht für unzuständig und überlassen die Lösung des Flüchtlingsproblems anderen. Wir bekennen uns zum Recht auf Asyl. Wir prüfen gewissenhaft jeden Asylantrag und gewähren Schutz und Hilfe da, wo die Voraussetzungen auch vorliegen. Wir wollen aber auch konsequent da sein, wo wir zum Ergebnis gelangen, dass ein Asylgrund eben nicht vorliegt. Und deshalb wollen wir auch Asylverfahren beschleunigen. Wir wollen die Rückkehrberatung verbessern. Wir wollen eine Rückkehr- und Rückführungsoffensive starten. Und wir wollen, dass ein sonderbevollmächtigter Migrationsabkommen mit wichtigen Herkunftsländern abschließt, in denen auch Abschiebungsregeln vereinbart werden. Und ein solcher Paradigmenwechsel ist ein großes Vorhaben. Die ersten Komponenten sind schon im Kabinett behandelt worden und befinden sich auch zurzeit in der Ressortabstimmung. Und vor allem anders als die AfD blicken wir auch nicht ablehnend auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem. In Dänemark funktioniert doch der Opt-out nur deshalb, weil andere Staaten ihre humanitären Pflichten wahrnehmen, anders als zum Beispiel die Dänen. Denn wenn alle sich einen schlanken Fuß machen wie Dänemark, dann staunen sich doch nur die Probleme woanders, an anderer Stelle auf. Und das wäre auch nicht unsere Vorstellung von einem Europa, in dem man Probleme gemeinsam löst, meine Damen und Herren. Und nun ist ja sogar die Große Koalition zusammen mit der Union in der letzten Wahlperiode beim Thema Erwerbsmigration mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Uns fehlen allerdings nicht nur qualifizierte Fachkräfte und Akademiker, sondern zunehmend auch ganz einfache Arbeitskräfte für Berufe, in denen keine Spezialisierung und keine hohe Qualifikation notwendig sind. Ein Teil dieser Menschen lebt auch schon bei uns im Land, hat aber das Problem, dass sie die Hürden des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht überwinden konnten und jetzt aber auch nicht abgeschoben werden können und nun als Geduldete nicht richtig bei uns im Arbeitsmarkt integriert werden können. Und dieses Problem wollen wir nun endlich einmal lösen für diejenigen Menschen, die zum Beispiel während der Flüchtlingswelle 2015 ins Land kamen und seit Jahren mit Kettenduldungen im Ungewissen hier leben. Wir wollen eine pragmatische Lösung, die auch funktioniert für Menschen, die sich bei uns gut integriert haben. Das ist es, was die Koalition beabsichtigt. Und deshalb werden wir den Antrag der AfD ablehnen. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort Dr. Silke Launert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, in jeder Schwierigkeit lebt die Möglichkeit, Worte, die zum Handeln motivieren, die der Resignation entgegenwirken und die von Albert Einstein wieder entstammen. Tja, und ohne Zweifel die Herausforderungen, vor der die EU, die Mitgliedstaaten stehen, die sind gewaltig und von Schwierigkeiten geprägt. Ebenso schwierig und zugleich mühsam, ja, quasi oft erfolglos, die Debatten über die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Und die aktuelle Lage zeigt uns wieder, dass es erheblichen Verbesserungsbedarf, dass es dringend Handlungsbedarf gibt. Nein, die gemeinsame EU-Migration- und Asylpolitik funktioniert leider nicht einwandfrei. Einige der EU-Staaten werden über die Maßen belastet. Geltendes Recht wird nur zum Teil angewandt. Zum Teil wird es nicht durchgesetzt. Ein Bruchteil der Rückführungen ist nur erfolgreich. Selbst bei uns nur sechs Prozent der Überstellungen werden letztlich vollzogen. Der EU-Außengrenzschutz funktioniert nur lückenhaft und die Registrierung auch. Klar ist also, die Reform ist überfällig. Nur, und das ist natürlich im Hinblick auf Ihren Antrag, wir glauben nicht, dass die Lösung ein deutscher Sonderweg, ein nationaler Alleingang ist. Eigentlich sollte man aus 2015 gelernt haben, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist, sondern dass es wichtig ist, sich in der EU abzustimmen, so mühsam, so schwierig das auch ist. Denn in der Schwierigkeit liegt irgendwann die Möglichkeit der Chance und die Lage insgesamt insgesamt. Ja, aber wie gesagt, vielleicht auch wir mit. Das ist die Frage. Auch wir müssen uns dann halt vielleicht bewegen. Ich baue da trotzdem auf die Ampel, dass sie es in der Hand hat, als linksgrüne Regierung vielleicht mal diesen Schritt zu machen, sowie vielleicht auch nur eine mit grün regierte Regierung Atomkraftverlängerung durchsetzen kann. Können Sie vielleicht auch mal einen restriktiveren und dann von den meisten Mitgliedsländern der EU getragenen Kurs gehen? Denn Fakt ist, wir leben nun mal in einem Schengen-Raum, und es ist schon angesprochen worden, es ist Primärrecht, diese gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik. Und wir können eben nicht sagen, wir gehen einfach raus, wir machen das, was wir wollen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Bedenke, die folgen, wenn Deutschland, die natürlich ein Teil der Mitverursacher der letzten Jahre war, plötzlich sagt, wir gehen aus diesem wesentlichen Teil raus, ist mir doch egal, was andere EU-Länder alles sagen und denken, dann haben wir ein Problem. Und deshalb halten wir diesen Lösungsweg nicht für den richtigen. Schauen wir uns die aktuelle Lage an. Wir haben jetzt in diesem Jahr bedauerlicherweise durch diesen schrecklichen Krieg über eine Million registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine, die wir natürlich aufnehmen, wenn in der Nachbarschaft Krieg droht. Wir haben jetzt absehbar wahrscheinlich über 200.000 Regulärer, also Asylgesuche, die wir haben. Heute haben wir erst den Bericht der Innenministerin im Innenausschuss gehört. Und wir haben Hilferufe. Der Bürgermeister der Landräte, die flehen die Regierung an, bitte helft uns. Wir schaffen es nicht mehr. Wir haben keine Unterbringungsmöglichkeit mehr. Unterstützt uns finanziell. Wir schaffen es nicht mehr. Die Zahlen gehen jetzt schon in Richtung von 2015. Und es ist nun mal so, der Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hatte Recht. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Oder ich würde ergänzen, effektiv helfen kann nur, wer sich nicht selbst überfordert. Und deshalb verstehe ich die weiteren Signale nicht. Sie meinen es gut, aber Sie werden das Land überfordern. Sie werden dazu beitragen, dass immer mehr Leute AfD wählen. Ich verstehe es nicht. Die Leute sind unzufrieden. Die Leute haben Ängste. Leider haben die Leute Ängste auf der aktuellen Entwicklung. Und sie werden leider einige einen Sündenbock suchen. Deshalb müssen wir versuchen, die Ängste ernst zu nehmen und versuchen, das überschaubar zu halten, damit wir helfen können. Einige der Vorschläge, die wir unterbreiten, der gemeinsamen Lösung ist, das ist schon angesprochen worden von meinem Kollegen, dass wir vor Asylverfahren Außengrenzen vorgenommen werden, sodass die, die keine Aussicht auf Erfolg haben, die Schutzgesuche, dann von vornherein keinen Zutritt in die EU haben. Ein funktionierendes System in der EU. Sekundärmigration muss man verbunden, unterbinden. Das ist schwierig. Aber wir müssen nun mal reden, reden, reden. Das hilft mehr, wie immer nur kluge Reden. Schließlich mit anderen Reden. Schließlich auch die Erweiterung des Familienbegriffs. Auch das führt zu einer Sogwirkung, die wir im Moment leider Gottes nicht gebrauchen können. Sie sehen, es ist sehr viel zu tun. Sie haben vielleicht mehr Möglichkeiten als eine andere Regierung. Fast alle anderen Länder der EU wollen einen restriktiven Kurs. Blockieren Sie diesen gemeinsamen Weg nicht zum Wohle Europas, zum Wohle des Landes. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Gülistan Yüksel. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ob Asylantrag, Aufenthaltsrecht oder Familiennachzug, in meiner langjährigen ehrenamtlichen Arbeit im Integrationsrat meiner Stadt habe ich viele Menschen mit Rat und Tat unterstützt. Mit der Zeit stapelten sich meine Notizen und Unterlagen zu den vielen Schicksalen. Schicksale von Menschen, die teilweise jahrelang von ihrer Familie getrennt sind, die vor Krieg und Zerstörung fliehen mussten. Am Ende standen in meinem Büro mehrere dicke Ordner, Ordner mit Namen und Sorgen, voll mit Hoffnungen und Ängsten. Auch heute fliehen Menschen vor Krieg und Zerstörung. Wir wollen ihnen Schutz bieten. Dabei sind mir drei Aspekte für eine humanitäre Flüchtlingspolitik besonders wichtig. Erstens. Wir arbeiten erfolgreich an europäischen Lösungen. So haben wir gemeinsam mit der EU die Richtlinie über den temporären Schutz aktiviert. Wir bauen ebenfalls mit unseren europäischen Partnern winterfeste Unterkünfte in der Ukraine, damit Menschen auch dort Schutz finden. Und unsere Innenministerin Nancy Faeser drängt auf eine Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten, um die Weiterentwicklung des europäischen Asylsystems in Gang zu bringen. Zweitens. Unsere Bundesregierung hilft den Kommunen vor Ort, und das schnell, entschlossen und pragmatisch. So haben wir 2 Milliarden Euro an Unterstützung bereitgestellt. Wir helfen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei der Verteilung und Registrierung. Auch öffnen wir viele weitere Bundesimmobilien zur Unterbringung von Geflüchteten. Drittens. Wir schützen Menschen vor Rassismus und Hetze. Wir halten dagegen, wenn das Grundrecht auf Asyl infrage gestellt wird. Wir empören uns, wenn der CDU-Vorsitzende mit der unsäglichen Vokabel des Sozialterrorismus hantiert. Und wir widersprechen dem AfD-Antrag, der behauptet, dass so viele Asylbewerber aus Syrien staatliche Leistungen bezügen. Gleichzeitig aber verschweigt, dass viele dieser Menschen zunächst gar nicht arbeiten dürfen, das ist leider wie immer verlogen und populistisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lade Sie ein. Sehen Sie nicht nur die dicken Ordner meiner Migrationsberatung. Öffnen Sie die Ordner. Sehen Sie die Menschen, die dahinterstehen. Hören Sie die Schicksale von Krieg und Flucht. Ich bin sicher, dann werden wir nicht nur auf die wenigen Angstmacher und Hetzer hereinfallen und gemeinsam das humanitäre Recht auf Asyl verteidigen. In Deutschland und in Europa. Herzlichen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort die Kollegin Miesbach-Kahn. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Während in der Ukraine Wohnhäuser, Krankenhäuser, Spielplätze und Kindergärten bombardiert werden und durch Putins Handeln die explodierten Weizenpreise und die soziale Not im globalen Süden dadurch massiv verschärft werden, betreiben Sie hier fröhlich Ihre Hetze, nicht nur mit diesem Antrag, sondern schon die ganzen letzten Wochen, dass Sie in dieser Zeit überhaupt Ihre blaue Stunde wittern, ist widerlich. Ich sehe hier viereinhalb Fraktionen vor mir, die alle auf ihre eigene Art und Weise versuchen und das Ziel haben, das Leben der Menschen zu verbessern. Nicht nur im Allgemeinen, sondern auch gerade, wo wir mit der Krise konfrontiert sind. Und das Einzige, was ich bei Ihnen sehe, ist Hetze, ich sehe Spaltung und ich sehe Verunsicherung. Und seit Wochen spielen Sie mit der Angst. Sie instrumentalisieren diese Angst. Erst beim Krieg, dann bei der Energie. Und jetzt versuchen Sie auch, die Asylkrise für sich dahingehend zu instrumentalisieren. Und ehrlich gesagt, schade, dass auch Herr Merz nicht da ist, weil er hätte jetzt auch seine Strategie erkennen können und damit auch den Grund für seine Wahlniederlage im vergangenen Wochenende. Es ist keine Frage, dass wir gerade eine Situation haben, in der die Kommunen teilweise stark belastet sind. Es läuft nicht alles so, wie es soll. Und wir haben ja auch schon deutlich gemacht, es muss besser laufen. Und trotzdem haben wir doch folgende Situation. Wenn es auf der Welt brennt, dann suchen Menschen Schutz. Das Flucht, ein dynamisches Phänomen ist, ist kein Geheimnis. Und unsere Strukturen müssen so ausgelegt sein, dass sie eben auf diese Dynamik reagieren können. Und das Grundrecht auf Asyl darf an der Stelle und auch niemals gegen die Sorgen und die Ängste der Bevölkerung ausgespielt werden. Wer das tut, greift in die unterste braune Schublade. Und die europäische Migrationspolitik, die wir jetzt gerade auch in diesem Antrag ja haben, ist das kleine Einmaleins der Abschottung. Wir haben Pushbacks, wir haben zwielichtige Abkommen mit Drittstaaten und wir haben die faktische Inhaftierung von Geflüchteten, die auf der Tagesordnung stehen. Der einzige Lichtblick, den wir haben, ist der freiwillige Solidaritätsmechanismus für Geflüchtete, wenn sie aus der Seenot gerettet worden sind. Und auch da scheitern wir tatsächlich noch an der Umsetzung. Dass wir überhaupt Menschen aus der Seenot retten müssen, dass wir überhaupt Menschen aus der Seenot retten müssen und es nicht schaffen, vorher in irgendeiner Form eine solidarische Antwort zu finden, ist doch eigentlich schon das Problem. Wir brauchen Lösungen, die das europäische Miteinander möglich machen. Wir wollen und wir müssen grundlegende Reformen der europäischen Ebene in der Frage anstoßen. Und das machen wir. Wir wollen faire und wir wollen zügige Verfahren. Und was wir aber nicht wollen, ist die Aushebelung des Asylrechts auf dem Umweg der EU. Das sind wir den Geflüchteten schuldig. Dankeschön. Liebe Kollegen aus der AfD-Fraktion, ich bitte Sie herzlich darum, bei Zwischenrufen auf beleidigende Äußerungen zu verzichten. Das nächste Mal werde ich hier Rügen und Ordnungsrufe geben. So geht man mit keinem Redner hier am Pult um. Und jetzt erteile ich das letzte, zur letzten Rede in dieser Debatte das Wort Helge Lindh. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat weder Grenzschutz noch Europa, noch Dänemark, noch Logik, noch nationale Interessen verstanden. Das muss man erst mal hinbekommen. Das muss man schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Grenzschutz nicht verstanden, weil das, was Sie vorschlagen, hinausläuft auf das Konzept, das der hochproblematische Martin Wagner vorgeschlagen hat, nämlich einem Schutzwall um Deutschlands Grenzen hinaus, weil lückenlos kontrolliert werden muss mit mehreren Zehntausend Grenzbeamtinnen und Grenzbeamten. Und diesen Vorschlag, analog zur Situation in der DDR, können Sie alles nachlesen, hat 2018, 7. September Alice Weidel ausdrücklich in einer Pressemitteilung gewürdigt. Das ist Ihre Vorstellung von Grenzschutz. Sie haben Europa nicht verstanden, da ja Dänemark via Maastricht überhaupt erst die Opt-out-Regelungen in Anspruch nehmen konnte. Deutschland kann es gar nicht, selbst wenn es wollte. Ansonsten begeht es Rechtsbruch. Sie haben aber selbst Dänemark nicht verstanden. Denn sogar Dänemark, dieses hoch fragwürdige, migrationspolitisch hoch fragwürdige, restriktive Dänemark, hat, wenn Sie sich mal die Mühe machen, in die Papiere zu schauen, konzidiert und zugeben müssen, dass man, solange in Ruanda keine rechtsstaatlichen Verhältnisse sind, dort keine Verfahren sichergestellt werden können, wenn man überhaupt nicht dort ein Asylzentrum aufbauen kann. Deshalb funktioniert dies auch nicht. Also haben Sie selbst Ihr heißgeliebtes Dänemark nicht verstanden. Und noch etwas. Dänemark agiert damit übrigens auf Kosten Deutschlands. Und Boris Pristorius hat das selbst im dänischen Parlament gesagt. Denn die Leidtragenden sind nicht Dänemark, sondern die anderen, die dann entsprechend einspringen müssen. Sie haben aber auch Logik nicht verstanden. Denn es erschließt sich mir rein logisch nicht, wie wenn das größte Land Europas sich komplett migrationspolitisch aus der Solidarität verabschiedet, dann in einem wundersamen logischen Schluss und aus tiefster Dankbarkeit ganz Europa sagt, wir bauen jetzt extra für Deutschland lückenlose Grenzsicherung an Europas Außengrenzen. Und wir schicken die Leute nicht mehr durch, sondern aus Dankbarkeit für die Unsolidarität Deutschlands sind wir besonders solidarisch und registrieren die Menschen. Diese Logik muss man mir mal erklären. Und als Letztes, und das werden Sie als selbsternannte Patrioten ja ganz besonders gerne hören, Sie haben zutiefst gegen nationale Interessen Deutschlands verstoßen. Denn zum einen würde ein so grenzgesichertes DDR-artiges Deutschland sein, ein Land, in dem niemand hier in diesem Raum leben möchte. Und das bedeuten würde, dass kein deutscher Bahnhof mehr durch Bundespolizisten gesichert ist, weil alle ihren ganzen Lebensabend und Lebenstag an deutschen Grenzen verbringen würden. Und Sie verstoßen außerdem gegen deutsche Interessen, weil alle Vorteile Europas, die wir jetzt genießen, nicht mehr nutzen würden. Und Sie verstoßen weiterhin gegen nationale Interessen Deutschlands, weil Sie genau das Land in Europa dabei räuchern und loben, das gegenwärtig integrations- und migrationspolitisch auf Deutschlands Kosten lebt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Komplexleistung. Schönen Abend. Applaus Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-3931 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Wir sind damit am Schluss.